Yo, ihr baut da oben noch. Wie geil, man. Endlich. Also vielleicht. Hello, my friend. Was hast du vor? Was geht, Alter? Ey, das sind sogar zwei. Kommt her. Ihr alten Schlingel, Mann. Los, es gibt eine Umarmung, Mann. Ich hab zwei Frauen hier aufgerissen, glaube ich. Wir bauen jetzt in die Zone. Ihr wisst doch, ich hab doch Angst, Skybase zu bauen, Mann. Ich glaub, wir sind nicht maximale Höhe, aber schon ziemlich weit. Es ist nur noch ein einziger. Oh Gott, die Zone ist richtig weit. Was ist das für ein Riesenschatten? Okay, er ist tot. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ich weine jetzt einfach. Leute, macht's gut. Ich springe jetzt einfach durch. Ich hab den Sieg verdient. Nein, macht's gut.